Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video mit Nathalie. Es geht um DAISY Global Fund und ich wollte euch heute am 5. Februar zeigen, wie sich das weiterentwickelt hat mit den Trading-Ergebnissen. Also ihr könnt hier oben meine persönliche Kurve sehen. Wir schalten jetzt aber auch in den Handelsfonds hinein. So und ihr könnt sehen, also die 25.658.000 und so weiter. Das ist das Geld, was in den ersten fünf Tagen für das Trading beigetragen wurde. Im Moment ist der Gesamt-Trading-Fonds, hat ein Volumen von 26.642.000, also beinahe eine Million mehr. Ihr seht es hier unten, 983.000 und das ist ein Profit von 3,83 Prozent beim Fonds. Jetzt gehen wir mal zurück zu mir. Bei mir stehen jetzt 3,54. Das hängt davon ab, wann man welchen Beitrag geleistet hat und manchmal, wir zahlen ja zum Beispiel in Tron. Die Tron müssen dann erstmal wieder konvertiert werden in andere Währungen. Das heißt, je nachdem, wann man seinen Beitrag leistet und der zum Handelsfonds dazukommt, kann es sein, dass es eben gerade durch diese Umtausch eben in Bitcoin oder in Ethereum und so weiter, dass es da zu Minus oder zu Plus kommen kann. Und deswegen gilt hier wirklich unser persönlicher Prozentsatz. Nichtsdestotrotz sehen wir an DAISY, wie die Gesamtperformance ist. So, und wie ihr seht, also bei mir sind es jetzt heute 26,57 Dollar. Eine Momentaufnahme, die sich ändern kann. Sie kann auch wieder nach unten gehen. Hier könnte ich die Auszahlung anfordern. Das habe ich definitiv nicht vor. Ich erkläre euch auch, warum. Wenn ich diese 26,57 Dollar drin lasse, dann tradet DAISY ab jetzt für mich mit nicht 750 Dollar, sondern mit 776,57 Dollar. Das heißt, ich erhöhe mein Handelsvolumen. Und dadurch kann ich jetzt quasi die nächsten Prozente machen eben auf die 776 anstatt auf die 750. Bei 26 Dollar macht es jetzt noch nicht die Masse. Nichtsdestotrotz, je mehr da zusammenkommt, umso höher kann halt hinterher auch der Realbetrag sein, wenn es einen prozentualen Gewinn gibt. Ja, also ganz klar, 3 Prozent von 100 Dollar sind weniger als 3 Prozent von 700 Dollar. Und so meine ich das. Je mehr ich also drin lasse und das weiter wachsen lasse, umso mehr habe ich davon. Diesdestotrotz, ich werde auch, wenn DAISY wieder live ist und wir das dann alles können, werde ich einfach eine Auszahlung beantragen, damit ihr das auch seht, wie das funktioniert und euch ein Video dazu machen. Aber einfach der Sinn dahinter und gerade, wenn man eben kleine Beträge drin hat im Trading wie 50 Dollar von der 100 Dollar Beitragsstufe, dann macht es Sinn, das Geld möglichst lange drin zu lassen, damit es sich eben auch durch diesen Anstieg besser vermehren kann. So, was ihr hier seht, ist das ein anderes Konto von uns. Das werden wir auch mit einem Beitrag von 100 Dollar belassen und das werden wir auch mit keinen Partnern und nichts füttern, damit wir auch wirklich ein Konto haben, wo wir euch Ergebnisse zeigen können für die Leute, die eben keine Partner gewinnen möchten oder könnten und die wirklich nur mit 100 Dollar starten können als Beitrag, sodass dann 50 Dollar im Trading sind. So, also hier wurde das Geld fürs Trading eben am 12. Januar rübergegeben, bei mir war es ja der 10. und hier sind es inzwischen 3,51 Dollar, was 7 Prozent entspricht. Und jetzt merkt euch mal kurz die 7 Prozent und wir schauen hier. Unser Gesamtfond DAISY, da ist ja jeder von uns ein Stück dabei, der schon beigetragen hat, hat nur in Anführungsstrichen 4,3 Prozent. Wie kann es also sein, dass der persönliche Gewinn hier 7 Prozent ist? Das liegt daran, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn man beiträgt oder wenn eine bestimmte Summe bei DAISY angekommen ist, wird diese umgewandelt entweder in US-Dollar oder in Bitcoin oder in Ethereum, damit sie dann dort traden kann. So, und dabei kann es eben schon ein Kursgewinn oder Kursverlust geben. So, und anscheinend ist hier bei diesem Konto ein Kursgewinn passiert. Und aus dem Grund sind es eben jetzt hier die 7,3 Prozent und der Gesamtfond hat aber 4,03. Nichtsdestotrotz, ihr seht hier, also auch mit 50 Dollar kann man anfangen, Gewinne zu erzielen. Der große Hebel ist, wenn man dieses Geld drin lässt, damit es sich vermehrt. Das habe ich ja vorhin schon erklärt. Ja, wenn es euch interessiert, wenn ihr denkt, Mensch, das klingt vielleicht doch ganz gut und ich sehe auch an den Trading-Ergebnissen, es ist definitiv kein Schneeballsystem, dann meldet euch bei uns. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei uns. Kommt in unsere Gruppe, Facebook oder Telegram-Gruppe und dann lasst uns zusammen hier ein gutes, starkes Team aufbauen. Also, bis dann. Tschüss!